Sekundärwaffe... Sekundärwaffe... Ich rüste das mal aus... Moment... Sauber, jetzt versuche ich das mal so... Wow, jetzt sind doch die Staatsschützen da... Zack... Wow... Ich bin nicht so gut mit nem Schatzschützengewehr... Ich weiß noch, das erste mal... äh... Es war bei Warrock... Bei Warrock... Sniper-Duell... Voll abgekackt... Seid vorsichtig... Der könnte überall sein... Weil es einfach nicht mit Entfernung einschätzen kann... Halt die Augen offen... Der muss noch hier sein... ZACK... Haltet die Augen offen... Der muss noch hier sein... ZACK... 22... Haltet die Augen auf... Der könnte überall sein... Ja... Der könnte wirklich überall sein... Seid vorsichtig... Da ist noch ein Sniper... Wo willst du denn hin? Haltet die Augen auf... Der könnte überall sein... Haltet die Augen... Ist er noch da oben? Was meinst du? Muss abgehauen sein... PAM! Noch 20... Wieso war ich eigentlich in den anderen... Charly Missionen nicht so gut? Ich sehe überhaupt nichts... PAM! Auf der Lauer... Auf der Lauer... Sitzt ein kleiner Sniper... PAM! 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 Scheidammt! Sieh dir nochmal den Sniper an... Wie er so schön snipen kann... Auf der Mauer... Auf der Lauer... Sitzt ein kleiner Sniper... Sieh dir mal den Sniper an... Wie er so schön headshotten kann... Oder headen kann... PAM! Da drüben... Jemand wie... Beginnt mit der Suche... Ich glaube wir haben einen Eindringling... Er ist da drüben... Scheiße... Ich gehe weg um... PAM! Das geht ja wie geschmiert... Haltet die Augen auf... Er könnte überall sein... Ist aber nicht... Ist aber nicht... Ist aber nicht... Mh... Mh... Verdammt... Ok dann... Werfe ich da mal ne Mine hin... Dreizehn... Woa... Alter... Du willst'n... Scharfschützen-Gray mit mir... Leg dich nicht mit Fischer an... BAM! BAM! Denn... Auf der Lauer... Auf der Lauer... Auf der Lauer... Auf der Lauer... Sitz'n... Kleiner Sniper... Sieh dir mal den Sniper an... Wie er so schön headen kann... Auf der Lauer... Auf der Lauer... Sitz'n... Kleiner Sniper... Es macht Spaß... Jetzt ist er wieder hinten... Halt die Augen auf... Der muss noch hier sein... Wow... Neun... Vorsicht... Er muss hier irgendwo sein... Wow... Das war... Zielfernrohr... Auf Zielfernrohr... Der geht alle mit der Suche... Pfff... Falls ihr jetzt... Falls ihr jetzt denken solltet... Ey der spielt da bestimmt Call of Duty... Der ist nur am Quickscopen... Nein... Das spiel ich überhaupt gar nicht... Das ist nicht witzig man... Wie weiss... Es ist auch nicht witzig... Na ich war's nicht... Wir haben Verluste... Sucht nach Angreifern... Was gefunden? Siehst du was? Auf der Seite ist nichts... Ich... Mann... Ausgeboren... Okay... Den hätte ich auch noch markieren können... Zack... Welle 7 oder Welle 8... Welle 8... Haha... Wie geil... Wie geil das ist... Welle 9... Noo... Vorsicht... Sie treffen Vorkehrungen... Für den nächsten Angriff! Ja so gut... Läuft... Wie jetzt... Hätte ich mal die ersten... 40 Minuten nicht so verpenn... Nein! Verbündete ausgefallen... Finden wir den... Der das getan hat! Zack Ne, ihr habt mich doch gar nicht, da ist doch keine Silhuette Er ist wieder da oben Wow Oh, er ist doch tot Ach, nö Ach, komm, ihr Tödo-Au-Wäh, Tödo-Au-Wäh 22 Na ja, ich entschärfe das mal Sonst leg ich mich noch selber damit in die Luft Drinnen verstecken Im Koop-Modus Beide mit so einem Scharfschützengeber, ist bestimmt lustig So voll zurück Augen auf, er könnte überall sein Er ist da, wo ihr ihn nie vermutet Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft Suchen wir Und der ist jetzt der nächste Ich hab hier gerade so rum wie ein Pro ey Flum 16 Ich muss mich doch vorbereiten aufs große Finale Und vielleicht auch noch die Koop-Mission Wir haben Verluste, ausschwärmen und alles durchsuchen Hey, ich brauche Hilfe bei der Suche Ah, die Drohne ist da auch schon Ah, die Drohne ist da auch schon Haha, das war geil Haha, das war geil Haha, das war geil Ich brauche mich nicht Er ist da auch schon Ach, ganz schön Ich versuche dich Ich versuche dich Ich will dich auch schon Ich versuche dich Ich versuche ich nicht Oh, was ich? Was ich meinst? Oh, was ich? Boah, das wird in die Hose. Boah, pass mich in Ruhe. Boah, wow, alter. Boah, renn mal sehen, Sam, Sirius, alle rennen. Los, rennt alle. Wuuuuh, alter. Alter, ich kann vor Glück sagen, dass ich gerade nicht gestorben bin, ey. Alter, noch neun. Alter. 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 Was mach ich denn da? Scheiße! Ah, ist schon nicht reich. Hm. Ich bin so ein Weichei. Es gibt eine große Explosion, wenn die da sind. Wuhu! Noch acht. Dann kommt die letzte Welle. Oder eher gesagt die zehnte Welle. Denn durch einen... Fehler von mir. Oder eher technischen Fehler. Muss... Technischen Fehler. Habe ich erst beim Schneiden bemerkt und die dies nicht wissen. Das das Mikrofon fehlt. Und deshalb... Musste ich die Mission nochmal starten. Und er hat sie direkt bei Welle 6 gestartet. Seid vorsichtig. Er könnte in der Wahl sein. Es stehen da zwei. Halt die Augen auf. Der muss noch hier sein. Das interessiert ihn gar nicht. Halt die Augen auf. Der muss noch. Ob der überhaupt noch in den Schächten ist? Ist vermutlich weg. Verteilen und alles durchsuchen. Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Okay. Okay. Wow. 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 Der scheint in eine Mine gelaufen zu sein. Oder gefahren zu sein. Ja. Das ist aufgesucht. Ja. Ein paar die Schiffe. Es hat einen erwischt. Die Schüsse kam von da drüben. Beginnt damit der Bereich Verlangen! Maaah, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Der Kerl muss noch hier sein! Sucht weiter! Wir haben den Zollz! Ah mein Fuß! Ah mein anderer Fuß! Ah mein Fuß! Ah, tot! Da hinten ist er irgendwo! Ach, da sind die Drohnen! Schnauze da unten! Schnauze da unten! Alles voller Drohnen hier, ey! Alles voller Drohnen hier, ey! Oh! Ja klar, geht nicht! Ja klar, geht nicht! Ja! Vier! Ja! 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 Woow Da ist der andere Trump-Pilot, da sind es doch zwei Ich sehe überhaupt nichts Verteilen wir uns Da drüben jemand sieht What the fuck Alter Das hätt in die Hose gehen können Das als hätten die Verstärkung erhalten Letzte Welle Einsteigen, festhalten, es geht nochmal los